In diesem Video verrate ich dir, wie du Schriften in dein Dokument einbettest und prüfst, ob alle Textelemente eingebettet sind. Bevor du dein neues Verpackungsdesign in deinem Parkiro Kundenprofil hochlädst, sollte eines deiner letzten Schritte sein, alle Textbausteine einzubetten. Dies ist zwingend erforderlich, da es sonst zu fehlerhaften Schriftverknüpfungen kommen kann und dein Artwork so beispielsweise fehlerhaft oder sogar gar nicht gedruckt werden kann. Um dies zu vermeiden, musst du daher alle Schriften im Pfade umwandeln. Hierzu wähle ich mit dem Auswahlwerkzeug den Textblock, den ich im vorherigen Video eingefügt habe und klicke mit der rechten Maustaste auf den Text. Es erscheint ein Popup-Fenster. Hier wähle ich nun In Pfade umwandeln. Ein anderer Weg geht über die Navigationsleiste. Klicke hier Schrift und dann In Pfade umwandeln. Wie du siehst, sind alle deine Buchstaben blau umrandet. Klickst du nun mit einem Doppelklick auf den Textbaustein, kannst du jeden Buchstaben einzeln auswählen und so beispielsweise löschen. Da du eingebettete Schriften nicht mehr bearbeiten kannst, sollte dieser Schritt immer dein letzter sein, wenn du sicher bist, dass alles wirklich korrekt ist. Kleiner Tipp, erstelle eine Kopie deiner Datei, bevor du die Schriften einbettest und die Druckdatei abspeicherst. So hast du ein Backup, falls du noch etwas ändern möchtest. Um noch einmal sicherzugehen, dass wirklich alle Textbausteine eingebettet sind, markierst du mit dem Auswahlwerkzeug das gesamte Artwork, wählst in der Menüleiste Fenster, Dokumentinformationen, auf die drei Striche und anschließend auf Schriftarten. Im Idealfall sollten alle Schriften eingebettet sein und hier in Großbuchstaben ohne stehen. Sollte jedoch wie bei mir eine Schriftart auftauchen, musst du diese nachträglich finden und einbetten. Du könntest nun natürlich jeden Textblock einzeln anklicken und überprüfen, doch das würde wahrscheinlich ziemlich lange dauern. Deshalb hier ein kleiner Lifehack. Markiere mit deinem Auswahlwerkzeug dein gesamtes Artwork und klicke im Menü auf Schriften und anschließend auf In Pfade umwandeln. Jetzt sollte im Bereich Schriften in der Dokumentinformation definitiv ohne stehen.